Guten Abend, meine Damen und Herren, an diesem 22. November 2009. Am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr ist die bekannte niederländische Kunstkuratorin Brigitte van der Sande am Hauptbahnhof von Amsterdam entführt worden. Offensichtlich hatte sie dort auf einen belgischen Künstler gewartet, der mit den Zugangsantwerpen anreisen sollte, um an einem gemeinsamen Kunstprojekt teilzunehmen. Ein Obdachloser, der am Hauptbahnhof herumhungerte, erklärte später, er habe gesehen, wie eine weiße, karkasisch aussehende Frau auf einem Fahrrad festgebunden wurde und eine unbekannte Person in einem blauen Regenmantel in östlicher Richtung davon fuhr. Zwei eingetragene Drogenabhängige versuchten, den einsamen Radfahrer noch einzuholen, aber sie haben seine Spur verloren. Bisher gibt es kein Bekennerschreiben oder Lösegeldforderung von den mutmaßlichen Entführern. Und auch von dem belgischen Künstler fehlt bisher jede Spur. Good evening, this is the Evening News at 6 o'clock Greenwich Mean Time on the 23rd of November 2009. More details have been disclosed about the kidnapping of the Dutch curator, Bridget van der Sander, by the Federal Art Police Department. It is still not known, however, whether the curator is alive or dead. Today, a man identifying himself as Commando Lee Harvey Oswald, from the little-known terrorist organisation, the Bastard Art Group, claim responsibility for the kidnapping. The Bastard Art Group are known for making ferocious attacks on figures from the art world, who they claim to be icons of imperialist art institutions. Recently, the group have shocked the art world through a series of ruthless and brutal attacks on figures the group blame for exploitation. Everyone, 안녕하십니까? 2009년 11월 24일입니다. 오늘 아침 반더사운드에 납치범들로부터 들어온 소식이 있었습니다. 연방 예술 경찰들은 계속해서 조사에 착수해 있으며, 납치범들이 전해온 메시지의 내용은 발표되지 않고 있습니다. Underground 예술 공간에 몇 번의 불시 점검이 있었으며, 마약 복용과 관련된 예술가들이 감분되고 조사를 받았습니다. 오늘까지 프리지트 반더사운드의 현재 상황에 대한 더 이상의 성본은 없을 것으로 보입니다. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonjour, nous sommes le 25 novembre 2009 et les ravisseurs de Madame Van Der Sende ont laissé un message dans le lieu où Brigitte Van Der Sende a été incarcérée ce dimanche matin. Apparemment, elle serait captive dans une prison du peuple révolutionnaire, au Lloyd Hotel. Le Lloyd Hotel est connu pour recevoir des conférences traitant de projets d'art contemporains doutables. Là, Madame Van Der Sende a été tenue captive pour au moins 23 heures dans une sorte de container artistique, avant d'être transférée vers une destination inconnu. Nous ne possédons aucune information concernant le lieu dans lequel pourrait se trouver Madame Van Der Sende actuellement. İyi akşamlar Baylar ve Bayanlar. Bugün 26 Kasım Perşembe 2009 akşam haberlerini sunuyoruz. Van Der Sende'nin kaçırılması sonrasında kendilerini Bastard Art olarak adlandıran bir grup tarafından yollanan Fidye Mektubu'nda bu eylemin de yürümcü bir örgüt olduğu duyuruldu. Kendilerini Amsterdam Savaşı alanını 2030 olarak tanımlayan ve uluslararası sanatçılardan oluşan faile meçhub bu grup, hala Van Der Sende'yi ellerinde tutuyor. Van Der Sende'yi kaçıranlar, burayı yine karşılığında Amsterdam sokaklarında yaşayan 444 kaçak rome göçmenin, şehrin lüks, ofis ve loft ailelerini işgal etmiş olan sukuatların yanına yerleştirilmesini talep ediyorlar. Bu ücreteki sahip var herkese merkez ve yüksek ölümü hakkında yollanan bir bakımlarınız var ve ücreteki altı. Bir vakarın şesetlerinin bu ücretleri bir şeyden etmiş olduklarını ve ise bu ücretleri OHK. Ör vinze ayrı bir ücretlerinde eğer ücretleri olan öğrencilerin bazı bir ücretleri bir ücretleri var. Şeritli ametlerinin şesetlerinin interestedesini yaşayan bir ücretleri var. Bu noturla, senyores ve ihracını da ücretleri var. Bugün 27 Yüklenところ 2009'ta XXS ayının 200cine'da Learte continuó su búsqueda de rastros de artistas revolucionarios en el caso de secuestros Van der Sande. Esta mañana fue identificado un grupo de ciclistas, hombres y mujeres no identificados, recorriendo barrios de inmigrantes de la ciudad de Amsterdam, mientras distribuían panfletos y dibujos. Algunos de ellos fueron vistos presentando proyectos artísticos. Las fuerzas especiales de la Policía Federal de Learte fueron inmediatamente convocadas a la acción, pero lamentablemente ninguno de los subordinados fue detenido. La investigación continuó. La investigación continuó das ist in das ist das ist ein geschosses Autobus, in der sich dann nach dem Zagobištchen Parken in der Radikalne Svobot. In der Zagobištchen und Nezrechtschne Abonnade. In der Vagierce, die ich den Video-uposnet, die du G. Andersand, in der Zaborer Revolucionale, der sich in den 7-ten Jahren, dass die Video-uposnetk nicht nur für die Prächtigkeit vor 50. Lettigen. Ich will meine Familie wissen, dass es gut mit mir geht. Die Kinder sagen, dass die Regierung nach meinem Verhalten möchte und alle Eisen möchte inwilligen. Aber ich bin es da nicht mit uns.